Aber im Gesetz finde ich zum Beispiel, also in den Erläuterungen zum Gesetz, nicht im Gesetz selbst, finde ich auch eine Idee, die mit dieser freien Meinungsäußerung vielleicht noch sehr viel schwerer in Konflikt kommen könnte. Nämlich eine Idee, Sie sagen das auch selbst in den Erläuterungen zum Gesetz, dass wenn man einen Betreiber einer Seite im Ausland nicht habhaft wird, dass man die Seite in Österreich komplett sperren könnte. Also Internetsperren, die es bis jetzt noch nicht gibt, werden da angedacht. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Soll das kommen? Ist das nur eine Idee, die ventiliert wird? Also das ist tatsächlich ein Problem gewesen, dass man in die Begutachtung schicken möchte. Das heißt, wenn sich aus der Begutachtung herausstellen sollte, dass das vielleicht sinnvoll wäre, dann werden wir das überdenken. Aber ins Gesetz haben wir das nicht aufgenommen. Und diese Passage, die Sie in den Erläuterungen sehen, die diente zu oft, Expertinnen und Experten aufzurufen, sich bei der Begutachtungsfrist jetzt tatsächlich... Aber können Internetsperren kommen? Nein, also Websitesperren haben wir jetzt auch nicht im Gesetz vorgesehen. Wir haben es auch nicht vorgesehen, aber wir wollen Expertinnen und Experten und Wissenschaftler dazuhören. Frau Sitzministerin, vielen Dank für den Besuch im Studium. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.